wo ist man hier ja ja ist in ordnung ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht ich habe nach dem letzten tod eine kleine aufnahmepause gemacht und starte jetzt wieder und weiß nicht wo was liegt denn da habe keine ahnung wo wir jetzt gerade sind wie kommt man denn da hin von da darüber springen und wie kommt man dahin wir kennen wir dadurch wieder ja 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 okay aber so kommen wir schon mal dahin hatte fakt ein soldaten je da ist wieder so ein schwingteil mein wir waren hier schon das weiß ich ja aber ich bin gerade total durcheinander weil wie gesagt die aufnahmepause und ich habe bevor ich wieder gestartet habe kurz in die letzte aufnahme rein geguckt wo wir denn überhaupt waren und das hat sich auch mit meiner erinnerung gekreuzt aber da sind wir jetzt gerade nicht also wo wir jetzt hier sind okay da waren wir ja ist in ordnung und genau an der wand sind wir gestorben ich verwirrt man doch sein kann nur durch so eine blöde aufnahmepause und warum haben wir das leben so schlecht finde ich irgendwie nicht so gut so jetzt haben wir das wieder hoch da sind überall viecher da liegt eine bombe hatten wir die schon gesehen ich glaube nicht wir wollten da hinten hochklettern aber hier liegt eine bombe wofür brauchen wir die denn warum das ding kann man verschieben okay ich komme nicht da drauf doch ich komme doch da drauf jetzt will ich mal was ausprobieren schmeißt du das aha okay die laufen weg die laufen weg das war eine haftbombe okay okay wofür kann man das hin und her schieben mal interessanterweise überleben sie das diese kleinen mini mistspinnen die halten erstaunlich viel aus wenn ich nicht gerade mit meinem schwert drauf aber was ja mittlerweile erstaunlich viel schaden macht also muss man schon sagen geht genug unsinn gemacht was müssen wir denn machen wir müssen da hoch kommt er jetzt wieder was raus noch oder haben wir schon hinter uns ja das wie ich was daraus kam wird uns getötet hat haben wir anscheinend hinter uns okay ja tobt dich doch aus ja machst du aber ne fein ist nicht schlecht moment ich das jetzt wie sie ja okay dann gehst du nur rein warum stirbst du denn nicht das ist aber doof und wenn ich dir so einen verpasse vielleicht kann ich so vorbeikrabbeln nein nein das stirbt nicht das stirbt nicht man muss da vorbei alter und ein ja 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 ist nur so ein bisschen da ist wieder so ein explosions ding direkt daneben könntest du mal explodieren hau mal an das explosions ding weg 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 Und verwirrend. Wo bin ich denn diesmal? Hä? Wo bin ich denn? Bin ich jetzt da, wo ich gerade hinklettern wollte oder was? Das scheint mir so. Kann man dich so öfter draufhauen? Nein. Okay, jetzt hatte ich anscheinend auch wieder volles Leben. Ähm. Okay, hier oben. Ihr wollt mich verarschen, ne? Ich brauch hier oben die Haftbombe. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das jetzt der Auf... Ähm. Das würde ja bedeuten, ich muss dieses Ding mit der Haftbombe drauf, auf diesen Aufzug draufkriegen. Und dann muss ich diese Wand hochklettern und den Aufzug hochfahren, weil ich kann unmöglich mit der Haftbombe in der Hand da hoch. Auch mit dem Kronotrigger nicht. Wobei wir ja gar keinen Kronotrigger haben. Ähm. Wie sollen das gehen, bitte? Hallo, lässt du mal los? Okay, ich kann das verschieben. Wenn ich das hier auf die Bretter ziehe... Kracht es nicht ein. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass es vielleicht irgendwo ein kracht oder so. Ach so. Ah. Ja, ja, okay. Ich habe es gefunden. Ich habe es kapiert. Warte mal. Ne, das war falsch. Das war auch falsch. Ja. So. Hallo? Das ging doch sonst immer so gut. So. Da muss ich wieder runterfahren. Äh. Äh. Bö, bö, bö. So. Und runter mitzuholen. Damit werden auch die Aufzüge hier mal, ähm, bekommen die einen Sinn. So. Jetzt dicht da drauf. Bäms. Jetzt wieder da hoch. Oh. Ähm. Hallo? Da hoch. So. Jetzt dicht hier hoch. Mal ein bisschen da rüber. So. Jetzt hoffe ich, dass das auch... Es muss ja. So. Und... Und... Bäm. Hat ja gut geklappt. Hm. Okay. Hier ist der Abstand nicht so weit. Also hier. Schön. Finde ich gut. Machen wir doch alles einfach mehrfach. So. So. Äh. 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 Bist du drauf? Ja. Ja. Äh. Lala. Hopp. 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 So. Und hoch. Jetzt schieben wir dich. Äh. 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 Da rüber. Glaub nicht. Da ist eine Kante. Bisschen vor. Der hat schon wieder so dagegen gehauen. Was? Du sollst dich hauen. Okay. Das geht wieder nicht. Somit bist du kein bisschen näher als da hinten. Das ist aber... Das hier mal... Nein. Hallo. Das gibt's doch gar nicht. Ja. So. Komm mal da rüber. Schaffen wir das? Kriegen wir das hin? Und wir ziehen... Noch ein bisschen hier hin. Ein bisschen vor... Ein bisschen... Nein. Nur ein bisschen. So. Jetzt. Zack. Und... Bäm. Wie weit das auf einmal geht, ne? Das ist doch jetzt wesentlich weiter gegangen, als wie hier über diese Lücke drüber. Äh. 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 Es ist okay. Wollen wir uns keine näheren Gedanken drüber machen. Du faust ab. Weg. So. Weg. Weg. So. Dann hier hoch. Jetzt. Klappt doch. So. Und jetzt kann ich das Ganze... Geht's auch? Geht's wieder hoch? Ich trau der Kante da nicht. Ist... Äh. Ist... Äh. Okay. Geht nicht. Zielen schon mal dran. Und dann machen wir diesen. Und dann machen wir diesen. Bäm. Bäm. Okay. Das war das Rätselslösung, würde ich sagen. So. Was haben wir hier jetzt? Wie schnell das hinter mir wieder zugesponnen wird. Das ist auch genial. Finde ich schon phänomenal. Was? Ach. Ach. Ich glaub. Aua. Aber. Ich war noch nicht auf Kämpfen eingestellt. Ähm. Moment. Weg. Weg. So. Warum ich jetzt das zehnmal drücken musste auf diese Tasten? Ich habe keine Ahnung. Geht mir aber ruhig. Hauptsache ich kann den hier auf die Muffer hauen. Hallo. Ich sterb hier mal. Alles tot? Nein. Nicht alles tot. Okay. Hallo. 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 So. Ich habe ihm wehgetan. Autsch. Das sah gut aus. Moment. 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 Weg. So. Jetzt kann ich dich definieren. Danke. Ach. Das war's halt schon. Okay. Na dann. Oh. Du bist hässlich. Ähm. Nein. Nein. Was denn das? Warum habe ich jetzt die falschen Visier? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Ja. Tschö. Oh. 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 Okay. Leg dich nicht mit Krieg an. Auer. Auer. Verdammt. 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 Wow. Wow. Was macht er denn? Wow. Hat nicht doch klappt. Ey, der erwischt mich damit. Das gibt's doch gar nicht. Au. 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 Uh. Was? Nein. Nein. Ach so, wir sind nur vor der Tür. Okay, dann geht's ja.